Du bist da hinten raus und da hast du den Schulter mitgekommen. Das heißt, der hat am Hermanns gemacht. Einmal hat mich sogar beim Rückzug auch einer Helm getroffen. Das ist ja auch so. Du hast aber echt einen langen Arm, doch? Hol ich mal meinen Schild. Einen Dreizeit brauchen wir noch. Welchen? Ich brauche mal ein Schild. Der oder der andere? Der oder der andere? Der ist ja geil. Wie geht es hoch? Ja, drei, ne? Ja. Du. Und dann mit der Alu. Audax. Audax? Ich gehe nicht ganz runter, damit es noch besser gefüllt wird. Ich werde dann auch noch filmen. Ja, das können wir machen. Muss ich aufpassen, wo ich hin bin. Ja, die kann einiges ab, meinte Urs. Ja, die beiden. Gegen Medusa und Polo. Okay. Äh. Hier habe ich. Ja. 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 Das läuft alles gut. Ja. 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 Sie. Also, haben die Gladiatoren von links oder von links nur zu erobert und frei ist unser Fall. Wir haben den Beklang von der 50.7 oder getötet. Kampf frei! Starte! Starte! Oh! Ja, ja! Komm hoch, Alter, Mann! Der Ludus Remesis und der Ludus Verundensis! Einmal noch auf den Gladiator! Komm runter! Warum? Runter! Okay! Jetzt kannst du mal die Kamera sonst aus... Ja, wo ist dein Ausknopf? Keine Ahnung wo! Mach mal! Mach mal einer von euch aus! Wo ist Ursus? Komm mal Vorsasser! Ursus! Jetzt kann die Kamera aus! Danke! 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 Danke!